Alles gut, hau rein du kannst, hau rein. Oha! Was denn? Ich habe euer Blacky wieder am Start. Ihr sehen könnt im Hintergrund, ich mache mein Intro gerade aus dem Zimmer. Und ich bin auch gerade aufgestanden, bin ein bisschen erkältet. Auf jeden Fall, die nächsten Videos, die kommen werden, werden bei meinen Kollegen stattfinden. Weil bei mir im Ort leider ein kleines Problem ist, wir haben keine Elektrizität und kein WLAN. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, auf jeden Fall nicht wundern. Der Hintergrund ist anders beim Video. Ich wurde eingeladen von Rush. Das ist eine neue Turnier-Plattformseite, die jetzt eingestiegen ist. Zum größten Pack-Battle-Event wurde ich eingeladen. Wo Leute wie zum Beispiel Eli, MontanaBlack, Tizi Schubech und sehr viele weitere große Streamer eingeladen worden sind. Auf jeden Fall eine Ehre für mich. Ich muss mich an der Stelle erst mal bedanken dafür, dass ich eingeladen worden bin. Wir haben die Aufgabe von Montag bis Mittwoch um 18 Uhr jeden Tag, jeweils 120.000 zu verziehen. Das heißt, in drei Tagen 360.000 Points, die mir gesponsert wurden. Zu krass. Auf jeden Fall zu verziehen. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig geil. Wir haben auf jeden Fall heute oder gestern besser gesagt einen Kracher gezogen. Schaut vorbei im Stream. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann. Und haut rein. Ciao, ciao. Ey, was glaubt ihr, was ich aus diesen Points... Wie viele Coins wird man so im schlimmsten Fall machen? Aus diesen Points. Aha! Aha! Walkout 1! Aha! Ich hab Punkte! Fünf Punkte! Aha! Oh, ich hab Walkout geskippt! Koulibaly! Ey! Ich kann nicht da hinten sitzen, wenn es da ist. Oh, oh, Walkout! Okay, okay, wir haben 15 Punkte. Aber PS4 ist leicht, aber die ganzen Pro sind noch PS5. Das heißt, wenn du Weekend League spielst, PS4 ist gut. Kann ich verblicken. Ich hab einen Endform-Gutsang. Ey, Walkout, weißt du was? Suarez. Äh, äh. Ich hab bei dir doch unten links und rechts. Ich hab... Was kriegt der Gewinner? Ähm... Wer die meisten Punkte hat, Wer die besten Sachen zieht, so. Ähm... Für die Community gibt's dann so Preise zu gewinnen. Ist hier, wenn ihr auch so bezeichnend Giveaway macht. Auf die Seite gehen. Mit Hashtag Blacky kommentieren. Und dann wird der Gewinner ein. Bis das Tag ist ausgelost. Also kommt noch Glück, also. Wohin, das passt noch gar nicht auf deinen Kopf. Ey, das steht dir! Boah, da rüber schießt, wa? Ich hab leider reingegangen. Oh! Oh! Sun Juice. Just... Dipsen. Mhmm! 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 Oh, braun! Ist's gut? Ist er doch? Na, bist du doch! Oh! Oh, Walker! Donnarumma! Stark! 89! Endlich! Oh, war ich so warm. Wie viele Punkte sind das? 10? 10, ja. 89, das ist 10 Punkte. 1, ja! Oh, Walker! Ich habe ein Silver! Ist es ein Walker denn? Ja! 86er, ist er da dabei? Ja, 5.100 Oh, Lockhart! Oh, die Alba! 50 Stunden jetzt! Die Pfeife, Alter! Du bist da, was ist da? Ich habe dich kämpft Der Dürer auch Letztes habe ich auch nicht so viel erfunden Natürlich Nein Alles gut Hau rein, du kannst Oha! Was denn? Oh, 160.170 Aber der bringt nichts, oder? Der kam gerade so aus Trocken so raus Oh, der Lowe Aber der bringt keine Punkte, oder? Nein, keine Punkte, aber 170k Ja, aber heute kommt Eiken Das ist ja geil, wie geil Oh, ey, Lockhart! Wer ist das? Moreno Jungen Der hat 10k Wieder 10k mitgenommen Was wundert? Ich habe 55 Punkte, ich bin die größte Pfeife bei dem Event Ey, Rock! Müller Müller, ich habe geskinnt Lass mich in Ruhe Aha, Müller, schon wieder Lass mich in Ruhe Ey, Info Ey, Info! Mann! Komm doch nochmal, Vinicius 170k Oder 180k Irgendwie so Komm doch Oh, Walkout Ederson 980, oder? Mit 10 Punkte Mit 10 Punkte Mit 10 Punkte Oh, ich habe Walkout gewonnen Nein! Ach Den mache ich im Verein, die Pflaume Oh Gott, wie ist das? Von den Fernandes? Kann man noch bestellen? Letztes Jahr war es 85, wegen Bayernheim. Oh, wie ist das? Nein, leider hat er 93. Oh! Fernandinho. Fabinho. Fernandinho kam in Monat. Warst du in den DMC zu passen? Ja. In diesem Fall? Ja. Du Hund. Ich hab Hunger. Oh! Noch mal Vinicius. Hey! Das ist doch geil. Ey. Wer ist das? Ruben Dias. Oh. Damit hab ich Wunder. Es hat immer Ronaldo gehören. Boah, ich muss jetzt noch 20.000 verziehen. Ey, wo kommt die Stur? Immobile. Was kostet der? Ach, immerhin Vereinbarheiten. Oh. Ich hab's mit Coins gekauft. Ist mir aber auch schon einmal passiert, wie gestern sogar. Ja. Sound, Maxim! Oh, das war's laut, oder? 20.000. Ich hab' mir gehört, 20.000. Cool. 20.000. 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 Habe ich den abgestoßen? Habe ich den abgestoßen? Wo ist denn? Die sind bestimmt nach oben. Habe ich den abgestoßen? Du hast den fein. Die mir jetzt gleich nochmal. Ich weiss, was man jetzt... Ah, der ist hier. Da ist ein Menti-Mama. Nee. Auf jeden Fall nicht. Ey, Alexander! Du hast auch schon gezogen, ne? Ich habe auch schon gezogen. Grand-Arby. Das wäre Kram. Oh! Wer ist das? Moreno wieder. Der Typ verfolgt mich schon die ganze Zeit, man. Boah. Fertig, Alter. Digga. Fünfeinhalb Stunden für... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.